Die Bibel ist unmissverständlich, wie wir Menschen erreichen sollen, und zwar durch die einfache Predigt des Evangeliums. Dass wir auf Menschen zugehen, die Bibel aufschlagen, ihnen das Evangelium predigen, Seelen gewinnen und sie so zum Herrn führen. Aber um Skeptiker und Atheisten zu erreichen, sind manche Leute auf die tolle Idee der Apologetik gekommen. Apologetik hat im Grunde genommen zum Ziel, den Glauben wissenschaftlich-weltlich zu untermauern. Mit diesem Hintergedanken, naja, Atheisten glauben ja nicht, dass es einen Gott gibt, sie glauben ja nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Also wir wollen ihn beweisen. Wir wollen ihn weltlich-wissenschaftlich durch tolle Argumente beweisen, dass es einen Gott gibt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Dann werden sie offen sein für das Evangelium. So werden wir sie erretten. Durch im Grunde genommen weltlich-wissenschaftliche Argumente. Aber das ist nicht die biblische Art der Predigt. Das ist nicht die biblische Art, wie wir Menschen erreichen. Und das ist das erste Problem mit Apologetik. Apologetik ist nicht die biblische Art der Predigt. Die Bibel sagt in 1. Korinther 1, Vers 17, Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Also nicht in Redeweisheit. Was bedeutet das? Dass wir mit tollen Reden daherkommen, mit super schlagkräftigen Argumenten eine tolle Debatte führen können, eine tolle Diskussion und all diese super tollen angeblich wissenschaftlichen Argumente haben und einfach so super gebildet daherkommen, damit das Kreuz des Christus nicht entkräftet wird. Also eigentlich könnte ich mit diesem Vers schon die Podcast-Folge mal wieder abschließen. Denn es ist so eindeutig, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Aber das ist, was all diese Apologetik-Freaks machen, dass sie in Redeweisheit daherkommen, dass sie mit ihrem tollen TED-Talk daherkommen. Es ist alles super vorbereitet, alles super ausgearbeitet, sie haben all diese schlagkräftigen Argumente und führen keinen einzigen Bibelfers an so ziemlich oder vielleicht ein, zwei Verse und kommen mit all diesen super angeblich wissenschaftlichen Argumenten daher, die meistens gar nicht wirklich wissenschaftlich sind. Also sie klingen super gebildet und alles. Aber nein, dadurch wird das Kreuz des Christus entkräftet. Wollen wir das wirklich tun, das Kreuz des Christus entkräftigen? Ist das die biblische Art, die biblische Methode der Predigt des Evangeliums? Natürlich nicht. Dann heißt es weiter in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Siehst du, denen ist eine Dummheit, den Atheisten. Deswegen brauchen wir all diese Argumente. Wir wollen ihnen beweisen, dass es einen Gott gibt und dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber was sagt die Bibel? Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Und dieser Vers ist im Grunde genommen der Sargnagel für Apologetik. Die Welt erkennt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht. Du kannst nicht Gott erkennen. Du kannst nicht jemanden zu Christus führen durch weltliche Weisheit. Die Bibel sagt, du schwarz auf weiß. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Und was heißt es weiter? Gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Also Gott sagt im Grunde genommen, diese Leute, die einfach mit weltlicher Weisheit daherkommen wollen, die auf ihre weltliche Weisheit vertrauen, die will ich nicht retten. Ich will diejenigen retten, die ganz einfach glauben. Aber einfach so glauben an die Bibel? Einfach so glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist? Einfach so glauben? Das ist doch dumm. Aber Gott gefiel es durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Also Apologetik versucht den Glauben zu verteidigen. Aber hier ist das große Problem. Apologetik erreicht das Gegenteil. Apologetik richtet Schaden an, weil nämlich das Kreuz des Christus entkräftet wird. Die Verkündigung, die Predigt des Evangeliums wird vollkommen entkräftet durch die Weisheit dieser Welt, die Torheit vor Gott ist, sagt die Bibel. Du kannst nicht jemanden durch weltlich-wissenschaftliche Argumente überzeugen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Du kannst ihn so nicht zum Herrn führen. Du kannst ihn so nicht retten, sondern ausschließlich durch das Evangelium. Das ist völlig egal, ob die Welt das dumm findet oder was auch immer. Gott gefiel es durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Und die Juden, die fordern ein Zeichen. Die Griechen, die verlangen Weisheit. Die Welt will irgendwas sehen. Sie wollen irgendwas Weises. Zeig mir irgendein gutes Argument für Gott. Wo sind deine Argumente? Komm nicht einfach mit der Bibel. Komm nicht einfach mit dieser Predigt. Wo sind deine Argumente? Aber die Predigt des Evangeliums, Gottes Wort selbst, hat genug Kraft. Und wenn jemand etwas hinzufügen will und mit welcher Weisheit, mit Redeweisheit daherkommen will, seinen tollen TED-Talk halten will, dann entkräftet er tatsächlich das Kreuz Christi. Egal wie toll deine Rede klingt, egal mit was für super weisen, intellektuellen Argumenten du daherkommst, es ist alles Torheit in Gottes Augen. Es ist alles so schwach im Vergleich zum Evangelium. Die Predigt des Evangeliums ist das Einzige, was rettet. Ja, aber sollen dann all die Skeptiker und die Atheisten, sollen die, willst du einfach erwarten, dass die einfach so an die Bibel glauben? Ja. Und sie fragen vielleicht, ja, aber warum soll ich an die Bibel glauben? Warum ist die Bibel Gottes Wort? Nun, was würden wir als Christen sagen, die wir eben tatsächlich an Gottes Wort glauben, auf Gottes Wort vertrauen, nicht mit der Weisheit dieser Welt daherkommen, die Torheit vor Gott ist? Wir würden sagen, nun, weil die Bibel sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und hier ist das Ding, die Welt würde sagen, ja, das ist ja ein Zirkelschluss. Also ein Zirkelschluss ist ein Argument, das sich im Kreis dreht. Das ist ja ein Zirkelschluss. Was soll ich damit anfangen? Lassen Sie sich kurz erklären, was ein Zirkelschluss ist. Laut Wikipedia. Wikipedia bringt das typische Argument für einen Zirkelschluss an. Und zwar heißt es, die Bibel ist Gottes Wort, denn es steht geschrieben, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieses Argument zitiert den zweiten Brief an Timotheus aus dem Neuen Testament. Da das Neue Testament ein Teil der christlichen Bibel ist, wird also die Autorität der Bibel durch ein Bibelzitat begründet. Was soll ich dazu sagen? Amen. Richtig, korrekt. Aber das ist eben das, was Wikipedia anführt als typisches Beispiel für einen Zirkelschluss. Für ein Argument, das sich im Kreis dreht. Dann heißt es weiter, die Bibel zieht damit ihre Autorität als Gottes Wort aus sich selbst. Und was für ein super Zitat von Wikipedia. Zu 100% korrekt. Ich kann zu 100% zustimmen als Christ. Amen. Das, was wir glauben. Die Bibel zieht ihre Autorität als Gottes Wort aus sich selbst. Amen. Und was Apologetik jetzt versucht ist, weil nämlich die meisten Apologeten ganz einfach nicht gerettet sind, ganz einfach selbst keine Christen sind, ganz einfach selbst nicht wirklich auf Gottes Wort vertrauen. Was Apologetik jetzt versucht ist, diesen Zirkelschluss, diesen Zirkelschluss in den Augen der Welt zu vermeiden. Deswegen wollen sie eben mit weltlich-wissenschaftlicher Argumentation daherkommen. Sie wollen diesen Zirkelschluss vermeiden. Sie wollen die Bibel durch etwas Außerbiblisches beweisen. Aber lass mich dir erklären, was das große, große Problem dabei ist, wenn du versuchst, die Bibel als Gottes Wort zu beweisen durch ein außerbiblisches Argument. Beispielsweise, wenn ein Atheist daherkommt und sagt, ja, ich würde ja an die Bibel glauben, wenn das und das, wenn du dieses oder jenes Argument hättest. Und diese dümmlichen Apologeten fallen dann darauf ein, auf diesen Atheisten, und suchen dann nach irgendeinem außerbiblischen Argument. Hier ist das Problem. Sie sagen damit, dass es eine höhere Autorität gibt als die Bibel. Mit anderen Worten, ja, dieses Argument, ja, diesem Argument kann ich vertrauen. Ja, das macht Sinn. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Jetzt kann ich auch an die Bibel glauben. Was machst du damit, wenn du nach diesem außerbiblischen Beweis für die Bibel suchst, dass die Bibel Gottes Wort ist? Du sagst damit im Grunde genommen, dass es eine höhere Autorität gibt als die Bibel. Aber hier ist das Problem. Die Bibel ist die höchste Autorität. Wenn du sagst, die Bibel ist Gottes Wort aufgrund dieses wissenschaftlichen Beweises, das kann ich irgendwie mathematisch und naturwissenschaftlich beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist, damit stellst du Wissenschaft über die Bibel als höhere Autorität. Ja, daran können wir glauben. Jetzt kann ich auch an die Bibel glauben. Jetzt weiß ich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber was ist dann die höchste Autorität? Die höchste Autorität im Universum ist die Bibel, ist Gottes Wort. Und daher kannst du nicht die Bibel mit etwas Außerbiblischem beweisen. Es funktioniert nicht. Die höchste Autorität beweist sich selbst. Die höchste Autorität ist die höchste Autorität. Wie kannst du da was Höheres finden? Aber warum ist die Bibel die höchste Autorität? Nun, in Johannes Kapitel 1, Vers 1, ja, also ich komme jetzt mit einem biblischen Argument daher, Zirkelschluss, dann ist es halt ein Zirkelschluss. Na und? In Johannes Kapitel 1, Vers 1 sagt die Bibel, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also die Bibel sagt uns schwarz auf weiß, dass das Wort Gottes Gott selbst ist. Und das ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Denn am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und wir reden hier natürlich von Jesus Christus selbst. Das Wort war bei Gott, zwei separate Personen und das Wort war Gott. Weil Jesus Christus natürlich genauso wie der Vater und wie der Heilige Geist Gott ist. Ein Gott, drei Personen. Die Bibel sagt in Johannes, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, denn es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Ein Gott, drei Personen und die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus, ist das Wort. Und das Wort ist nicht einfach nur irgendwie ein alternativer Name. Es ist nicht irgendwie ein Titel. Nein, nein, nein. Sondern es geht um das Wort. Das Wort Gottes. Es geht um die Bibel. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, sagt die Bibel. Jesus Christus ist buchstäblich das Wort Gottes. Und somit gibt es keine höhere Autorität im Universum als das Wort Gottes. Es ist Gott. Und dann gibt es Christen, die haben diese Idee, naja, wenn mein atheistischer Freund oder mein muslimischer Freund einfach nur eine Begegnung mit Gott hätte, wenn Gott ihm irgendwie erscheinen würde, im Traum oder so, dann würde er sich überzeugen lassen, wenn er eine Begegnung mit Gott hätte. Aber lass mich dir was verraten. Auch wenn ein Atheist die spektakulärste Begegnung mit Gott hätte, es würde nicht garantieren, dass er gerettet wird. Dass er tatsächlich an das Evangelium glaubt. Dass er an Gott glaubt. Lukas 16, Vers 31, da sagt die Bibel, Erber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Siehst du, es gibt Leute, die könnten buchstäblich die Auferstehung Jesu Christi mit ihren eigenen Augen sehen, sie würden sich trotzdem nicht überzeugen lassen. Warum? Wenn sie auf Mose und die Propheten, das heißt auf das Wort Gottes, nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Warum ist das genau dasselbe, ob sie nun das Wort Gottes hören oder ob sie die Auferstehung Jesu Christi selbst mit ihren eigenen Augen miterlebt hätten? Nun, weil das Wort Gottes Jesus Christus ist. Also, ja, Menschen brauchen eine Begegnung mit Gott, um gerettet zu werden, aber lass mich dir was verraten. Wenn sie das Evangelium hören, dann ist das ihre Begegnung mit Gott. Ja, aber wenn sie einfach Jesus sehen würden oder ja, Atheisten, die daherkommen, ja, zeige mir doch Gott. Wo ist denn Gott? Zeige mir doch Gott. Siehst du, solche Leute sind ganz einfach nur dumm. Du solltest nicht darauf hereinfallen. Das sind Leute, die nicht gerettet werden wollen. Deswegen sagen sie das. Und dazu sage ich später noch mehr. Aber sie haben eine Begegnung mit Gott, wenn du ihnen das Evangelium predigst. Denn wenn wir beim Seelengewinn jemandem das Evangelium predigen, dann haben diese Leute buchstäblich, ich rede hier nicht symbolisch, ich rede hier buchstäblich, haben sie eine Begegnung mit Gott. Dadurch, dass wir ihnen das Wort Gottes predigen, dass wir ihnen Jesus Christus predigen. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das Wort ist Jesus Christus. Das ist ihre Begegnung mit Gott. Das ist ihr Wunder, das sie erleben. Aber wenn sie nicht gerettet werden wollen, dann werden sie nicht gerettet. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber Anselm, was wäre, wenn ein Atheist das wirklich ernst meint? Wenn er wirklich an Gott glauben würde? Wenn er einfach einen eindeutigen Beweis sehen würde? Wie sollten wir darauf reagieren? Was würde Jesus tun? Nun, ich zeige dir aus der Bibel, was Jesus getan hat in so einer Situation. Und hier ist das Ding. Diese Atheisten, die daherkommen, wir zeigen mir doch einen Beweis für Gott. Die meinen das nicht ernst. Denn jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Aber dazu später mehr. Aber was hat Jesus getan in so einer Situation? Matthäus 12, Vers 38, da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Jesus war kein Apologet. Jesus war kein Apologet. Jesus hat es nicht nötig, sich selbst zu verteidigen. Das Wort Gottes hat es nicht nötig, sich selbst zu verteidigen. Sondern das Wort Gottes ist der Beweis, dass es Gottes Wort ist. Jesus Christus ist der Beweis, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus muss nicht irgendwie ein Zeichen zeigen. Denn hier ist das Ding. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wussten sowieso, dass er der Messias ist. Sie wussten sowieso, dass er der Sohn Gottes ist. Jeder Mensch weiß sowieso, zumindest, dass es einen Gott gibt. Mindestens das. Und klar, wir als Christen, wir verteidigen unseren Glauben. Aber in dem Sinne, dass wir eben eintreten für den Herrn, dass wir eifern für den Herrn, für das richtige Evangelium, für richtige Lehre, dass wir richtige Lehre gegen Irrlehre verteidigen und so weiter. Aber hier ist das Ding. Kämpfen wir mit unseren fleischlichen Waffen? Kämpfen wir mit unserer eigenen Weisheit? Mit Redelweisheit? Kommen wir so daher? Ziehen wir so in den geistlichen Krieg? Und dann werden wir scheitern. Nein, sondern wir ziehen in den geistlichen Krieg mit Gottes Wort. Und wir verteidigen, mit der richtige Lehre, wir verteidigen und treten ein für den Herrn, eifern für den Herrn mit Gottes Wort an unserer Seite. Aber dann heißt es weiter, wenn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Das ist das einzige Zeichen, was sie bekommen. Das Evangelium. Ja, sie zeigen mir ein Zeichen. Hier, das Evangelium. Lass mich dir das Evangelium predigen. Das will ich nicht hören. Okay. Das ist das einzige Zeichen, was du bekommst. Das ist das einzige Zeichen, was du bekommst. Die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auferstehung wie so Christi. Apologeten haben diese Vorstellung, wenn sie nur mit tollen Argumenten in einer tollen Debatte daherkommen würden und beweisen, dass der Herr Gott ist und dass die Bibel Gottes Wort ist, dann würden sich Leute bekehren. Dann würden sich all die Atheisten bekehren. Aber ist das, was wir in der Bibel sehen? Ich meine, die Bibel sagt in Johannes 12, Vers 37, Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Es gibt Menschen, die können noch so viele Zeichen und Wunder sehen, sie werden nicht glauben, weil sie nicht glauben wollen, weil sie den Herrn ablehnen. Und was wir hier lesen, ist natürlich Verwerfungslehre, dass Gott manchen Menschen das Herz verstockt, dass sie nicht mehr glauben können. Und es ist interessant, dass wir diese Verse ausgerechnet im Johannes-Evangelium finden, in dem Evangelium, das geschrieben wurde, damit wir gerettet werden, in dem einfachsten Evangelium. In dem einfachsten Evangelium finden wir gleichzeitig auch mit den eindeutigsten Vers als überhaupt, der eben eindeutig sagt, dass es Menschen gibt, die den Herrn ablehnen und denen Gott das Herz verstockt, so dass sie nicht mehr glauben können. Dann kommen diese Christen daher heutzutage, es gibt immer eine Chance für jeden. Was? Hier heißt es eindeutig, darum konnten sie nicht glauben. Warum? Denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Gott hat ihnen die Augen verblendet, das Herz verhärtet. Gott wollte nicht mehr, dass sie gerettet werden. Warum? Jesus hat all die Zeichen und Wunder getan und sie wollten ganz einfach nicht glauben. Das heißt, sie haben mehr als genug Chancen bekommen. Trotzdem sie die Zeichen gesehen haben, haben sie nicht geglaubt, sondern sie haben den Herrn abgelehnt. Dann hat Gott ihnen das Herz verstockt, so dass sie nicht mehr glauben konnten. Die Reihenfolge ist eben nicht so, wie sie sich das Apologeten vorstellen. Ja, wenn sie nur was sehen würden, irgendwie einen Beweis sehen würden, irgendetwas Wissenschaftliches, so dann würden sie sich bekehren oder wenn sie ein Wunder sehen würden, ja, dann würden sie zum Herrn kommen. Nein, sondern, was sagt die Bibel in Matthäus 13, Vers 58 und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Die Reihenfolge ist typischerweise in der Bibel, glaube an den Herrn und dann wirst du Wunder sehen. Also laut der Bibel, wenn ein Atheist irgendwie daherkommt, ja, zeig mir doch ein Zeichen. Gott, ich will ein Wunder sehen. Weißt du, was Gott sagen wird? Du wirst kein Wunder sehen. Ich werde dir kein Wunder zeigen. Er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Und natürlich, hier und da gab es Ungläubige, die Wunder gesehen haben, wie ich das in den Versen davor dir gezeigt habe in Johannes Kapitel 12. Obwohl er aber so viele Zeichen von ihnen getan hatte, glauben sie nicht an ihn und so weiter. Ja, diesen Leuten wird es natürlich noch schlimmer ergehen. Ungläubige, die Wunder sehen, die die Wunder Jesu Christi gesehen haben und trotzdem nicht glauben wollten, oh. Ich meine, die werden in einem speziellen Ort in der Hölle brennen. Also das erste Problem mit Apologetik ist, dass Apologetik nicht die biblische Art der Predigt ist. Oder anders ausgedrückt, Apologetik versucht, den Glauben zu verteidigen, richtet aber tatsächlich Schaden an, weil das Kreuz des Christus entkräftet wird. Das zweite Problem mit Apologetik ist, dass Apologetik etwas beweisen will, was jeder Vollidiot sowieso schon weiß. Und ich habe das vorher schon angesprochen, jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Na, Anseln, woher willst du das wissen? Nun, ich weiß es aus der Bibel. In Römer 1, Abvers 18, da heißt es, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Also das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Jeder sieht die Schaffung und weiß, okay, das ist nicht einfach so durch Zufall entstanden. Jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Also Gott ist zwar unsichtbar, aber jeder Mensch ist ohne Entschuldigung. Sie können nicht sagen, ja, ich habe ja gar nicht gewusst, dass es dich gibt, Gott. Nein, das können sie nicht sagen. Sie sind ohne Entschuldigung. Warum? Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Mit anderen Worten, wenn du dein Hirn einschaltest, dann weißt du, dass es einen Gott gibt. Denn diese Welt ist nicht einfach ploppt durch Zufall entstanden. Funktioniert nicht. Das ist dumm. Aber diese Verse werden allen erstens herangezogen als Beweistext für Apologetik, dass wir Apologetik betreiben müssten. Aber das ist nicht, was die Bibel hier sagt. Überhaupt nicht. Die Bibel sagt hier nicht, dass wir anhand der Schöpfung irgendwie beweisen müssen den Leuten, dass es einen Gott gibt. Und dann werden sie Gott erkennen. Dann werden sie ohne Entschuldigung sein. Nein, sondern sie sind schon ohne Entschuldigung. Jeder weiß schon, dass es einen Gott gibt. Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbar gemacht. Gott hat es ihnen schon offenbar gemacht. Gott hat sie schon offenbart. Hat sich genug offenbart, sodass sie jetzt in der Verantwortung stehen. Jeder Mensch steht in der Verantwortung, nach Gott zu fragen. Sie sind alle ohne Entschuldigung. Das ist nicht etwas, was irgendwie geschehen würde, würden wir Apologetik betreiben. Nein, sondern das ist eine Feststellung dieser Vers. Sie haben keine Entschuldigung. Punkt. Ja, aber wie kannst du das so mit Sicherheit sagen? Nun, weil die Bibel die absolute Wahrheit ist. Weil die Bibel Gottes Wort ist. Johannes 17, Vers 17 sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ja, aber was ist der Beweis dafür? Wie willst du mir das beweisen? Aber hier ist das Ding, wie will ich die absolute Wahrheit beweisen? Jesus Christus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand konzipiert, als nur durch mich. Die absolute Wahrheit ist die absolute Wahrheit. Fertig. Ja, beweisen mir, dass der Himmel blau ist. Hey, Idiot, hast du Augen im Kopf? Warum soll ich etwas Offensichtliches beweisen? Warum soll ich etwas Offensichtliches beweisen, wie zum Beispiel, dass es einen Gott gibt? Jeder weiß das. Also, wenn jemand daherkommt, beweis mir, dass es einen Gott gibt, dann ist derjenige ein totaler Vollidiot. Oder noch besser, ich verkündige ihm das Evangelium und der kommt dann aber daher, ja, beweise mir, dass die Bibel Gottes Wort ist. Weißt du was? Derjenige ist ein totaler Vollidiot. Und er hat gerade eine buchstäbliche Begegnung mit Jesus Christus selbst durch die Predigt des Evangeliums, durch die Predigt des Wortes Gottes. Und sagt man, ja, beweisen wir, dass die Bibel Gottes Wort ist. Beweisen wir, dass der Himmel blau ist. Was für ein Schwachsinn. Also, das zweite Problem mit Apologetik ist, dass Apologetik etwas beweisen will, was sowieso schon jeder Vollidiot weiß. Warum soll ich meine Zeit mit buchstäblichen Idioten verschwenden, die sagen, dass es keinen Gott gäbe? Der Narr spricht in seinem Herzen. Es gibt keinen Gott. Das sind Narren. Das sind Idioten. Das sind Clowns. Warum soll ich meine Zeit mit ihnen verschwenden? Ja, ich habe all diese tollen wissenschaftlichen Argumente. Und diese Apologeten, die spielen sich so auf, die kommen sich so toll vor mit all ihren Argumenten. Dabei sind es noch viel größere Vollidioten als Atheisten, die ganz einfach glauben wollen, dass es keinen Gott gibt. Die Apologeten sind die noch größeren Idioten. Weil sie hereinfallen auf Atheisten, die es gar nicht ernst meinen. Denn das ist keine ernst gemeinte Aussage. Ja, beweisen wir, dass es einen Gott gibt. Das ist ja oft gar nicht ernst gemeint. Denn jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Aber das dritte Problem mit Apologetik ist, dass Apologetik spirituelle Dinge weltlich-wissenschaftlich beweisen will, was ganz einfach unmöglich ist. Also nicht nur, dass es schwachsinnig ist, offensichtliche Dinge beweisen zu wollen. Das, was Apologetik beweisen will, lässt sich sowieso gar nicht beweisen durch weltlich-wissenschaftliche Argumente. Das funktioniert sowieso nicht. Du kannst nicht etwas Spirituelles durch wissenschaftliche, angeblich wissenschaftliche Argumente beweisen. Diese Argumente werden dann nicht wissenschaftlich sein. Die Bibel sagt in 1. Korinther 2, Vers 13 bis 14, Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also die Bibel sagt, dass der natürliche Mensch, das heißt ein Ungläubiger, geistliche Dinge nicht verstehen kann. Er kann das Evangelium nicht verstehen. Ja, wir wissen auch aufgrund der Bibel, dass jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Jeder erkennt das zumindest. Jeder kann erkennen, okay, die Bibel, ja, die ist wirklich Gottes Wort. Warum? Weil die Bibel an und für sich Kraft hat. Beispielsweise damals im Religionsunterricht in der Grundschule, da kann ich mich erinnern, dass wir über die 10 Gebote gesprochen haben. Und ich wusste, das ist mir bis heute hängen geblieben, ich wusste ganz genau, das ist Gottes Wort. Ich wusste damals schon, das ist Gottes Wort. War mir zu 100% klar. Ohne, dass ich irgendwie indoktriniert wurde oder irgendwas, sondern weil Gottes Wort ganz einfach Kraft hat. Und ich wusste, das sind Gebote Gottes. Und ich hatte extremen Schiss davor, Gottes Gebote zu brechen. Gottes Wort allein, die 10 Gebote, die haben mir extrem Gottesfurcht eingejagt. Und ich habe mir gedacht, ich achte lieber darauf, diese Gebote zu halten. Aber hier ist das Ding, weil ich eben nicht den Geist Gottes hatte, habe ich natürlich nicht das Evangelium einfach so verstanden. Ich war nicht gerettet, sondern damit jemand gerettet wird, braucht er eben einen Prediger, der eben durch den Heiligen Geist das Wort Gottes predigt. Der Heilige Geist wirkt dann an dem Ungläubigen und der Ungläubige kann dann eben die Entscheidung treffen, auf den Herrn Jesus Christus zu vertrauen. Aber er einfach nur allein für sich kann geistliche Wahrheiten, wie das Evangelium, nicht wirklich verstehen. Er weiß, dass es einen Gott gibt. Er versteht, so wie ich damals, okay, das ist Gottes Wort. Und ja, es gibt Konsequenzen. Und ja, es gibt Gebote Gottes und ich achte lieber darauf, was eine gute Sache ist. Aber das reicht natürlich nicht aus zur Rettung. Sondern wir brauchen das Evangelium, aber geistliche Wahrheiten wie das Evangelium kann der natürliche Mensch nicht einfach für sich allein verstehen. Sondern er braucht dann eben den Prediger, den Seelengewinner, der zu ihm kommt und mit dem Heiligen Geist eben das Evangelium predigt, aus der Bibel, aus Gottes Wort. Der Heilige Geist wirkt an demjenigen und er hat damit die Chance, sein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Also wir müssen Geistliches geistlich erklären. Darauf will ich eigentlich hier hinaus. Denn das dritte Problem mit Apologetik ist, dass sie Spirituelles, weltlich-wissenschaftlich erklären will. Aber wie geht das? Siehst du, die Bibel ist das einzige geistliche Buch, das es gibt. Und wir müssen Geistliches geistlich erklären. Also wie will ich die Bibel, wie will ich geistliche Wahrheiten ungeistlich erklären? Mit etwas anderem erklären? Siehst du, ich habe keine andere Chance, als die Bibel mit der Bibel zu erklären. Denn wir müssen Geistliches geistlich erklären. Ich habe gar keine andere Chance. Diese Absicht der Apologetik, Ungläubige, besonders Skeptiker, Atheisten zu überzeugen und zum Herrn zu führen durch tolle Argumente, durch tolle Beweise, die es gar nicht gibt, das ist zu 100% fehlgeleitet. Niemand wird jemals durch irgendein tolles Argument zum Glauben kommen. Wird es nicht passieren. Niemand wird auf seine Knie fallen und den Herrn anbeten, ja, jetzt habe ich erkannt, durch dieses tolle Argument, durch diesen tollen wissenschaftlichen Beweis, den es gar nicht gibt. Jetzt habe ich erkannt, dass es einen Gott gibt. Jetzt werde ich Gott anbeten. Das wird nicht geschehen. Denn wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstende. Sie würden sich nicht überzeugen lassen. Die Bibel sagt in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Gott ist Geist. Du kannst nicht Gott, ein geistliches Wesen, beweisen durch wissenschaftliche Argumente. Das funktioniert nicht. Denn womit beschäftigt man sich in der Wissenschaft? In der Wissenschaft beschäftigen wir uns mit Dingen, die wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Und das jetzt mal stark vereinfacht auszudrücken. Wissenschaft ist, ich sehe dieses Phänomen in der Natur und ich versuche, dieses Phänomen zu reproduzieren. Ich stelle eine These auf, reproduziere dieses Phänomen und verifiziere dadurch meine These. Ich nehme etwas wahr mit meinen Sinnesorganen, ich sehe etwas, höre etwas, schmecke etwas, rieche etwas, stelle eine These dazu auf zu diesem Phänomen, das ich beobachtet habe und versuche, diese These zu belegen. Das kannst du nicht machen mit etwas Geistlichem. Es funktioniert ganz einfach nicht. Ja, aber Anselm, damit gibst du ja zu, dass dein Glaube unwissenschaftlich ist. Bingo. Und ich weiß nicht, wo das Problem ist. Denn ich rede hier nicht von Wissenschaft. Ich rede hier von Glaube. Es geht hier um geistliche Dinge. Und ich kann dir geistliche Dinge nicht wissenschaftlich beweisen. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber heißt das deshalb, dass die Bibel deswegen nicht mehr die Wahrheit ist? Heißt es deshalb, dass mein Glaube deshalb keinen Sinn macht? Nein. Denn trotzdem weiß ich natürlich, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und hier ist das Ding. Würde sich die Bibel nicht mit dem decken, was wir mit unseren Sinnesorganen hier wahrnehmen können auf dieser Erde, nur dann wäre die Bibel ganz einfach nicht Gottes Wort. Aber raten wir mal was, die Bibel deckt sich mit dem, was wir wahrnehmen. Die Bibel deckt sich natürlich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Bibel widerspricht nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber gleichzeitig könnte ich dir beispielsweise nicht wissenschaftlich die Auferstehung Jesu Christi beweisen. Nun, woher weiß ich trotzdem, dass das die absolute Wahrheit ist? Weil die Bibel sagt, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Punkt. Und die Bibel ist Gottes Wort. Punkt. Na, beweis mir das. Nun, ich kann dir etwas Geistliches nicht weltlich beweisen. Es funktioniert nicht. Johannes 4, Vers 24 habe ich dir vorgelesen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Du musst Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es wird nicht funktionieren, aber jetzt habe ich Gott erkannt durch dieses Argument. Jetzt werde ich Gott anbeten. Jetzt habe ich Gott erkannt durch diesen wissenschaftlichen Beweis. Jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Jetzt werde ich ihn anbeten. Nein. Was ist die Wahrheit? Was ist die absolute Wahrheit? Die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Heilige sie in deiner Wahrheit Dein Wort ist Wahrheit. Menschen, die da herkommen mit so einem Schwachsinn wie Ja, zeige mir doch Gott. Wo ist der Beweis für Gott? Die haben ganz einfach nicht die Liebe zur Wahrheit. Die Bibel sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 10 ihn, die Rede ist über den Antichristen im Kontext, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Was ist der Grund, warum sie verloren gehen? Kannten sie die Wahrheit nicht? Wussten sie nicht, dass es einen Gott gibt? Nein, das Problem ist, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Die Wahrheit ist offensichtlich. Ich meine, jeder weiß, wie gesagt, zumindest, dass es einen Gott gibt. Somit weiß jeder, dass es natürlich Konsequenzen für unser Handeln gibt und so weiter. Die Wahrheit ist offensichtlich. Gott hat genug jedem Menschen offenbart, dass er nach Gott fragen könnte und Gott würde es ermöglichen, dass der Mensch gerettet wird. Denn hier ist das Ding, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis soweit kommen. Gott hat es einfach gemacht, gerettet zu werden. Leute, die da herkommen, zeige mir Gott, gib mir einen Beweis. Die sind ganz einfach nur böse. Die wollen nicht gerettet werden. Weißt du, diese Leute behaupten vielleicht, ja, ich will doch einfach nur die Wahrheit wissen. Aber sie lügen. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Weißt du, was sie lieben? Sie lieben die Lüge. Sie lieben die Lüge und das meine ich buchstäblich. Solche gottlosen Menschen, solche bösartigen Menschen, die mit so einem Schwachsinn daherkommen, zeigen mir Gott, beweisen mir Gott. Die sind nicht einfach nur dumm, sondern sie lieben die Lüge. Sie lieben nicht die Wahrheit. Dann würden sie wirklich die Wahrheit lieben. Wären sie offen für die Wahrheit. Und dann weißt du was, dann würden sie gerettet werden. Deswegen ist das Einzige, was wir beim Seelengewinn tun, Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren. Wir kommen nicht mit Redeweisheit daher, mit tollen intellektuellen Argumenten, sondern einfach nur mit dem Evangelium. Letztens habe ich mit jemandem gesprochen, der gar nicht wusste, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Hat das noch nie gehört. Sein Vater war Pastor. Kein Witz. Junger Mann, sein Vater ist Pastor und er wusste aber noch nicht mal, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Und weißt du, was für einen Beweis es ihm geliefert habe? Matthäus 28, Lukas Kapitel 24, hat ihm verschiedene Verse gezeigt, 1. Korinther 15, Vers 14, hat ihm einfach die Verse gezeigt aus der Bibel und weißt du was? Er hatte die Liebe zur Wahrheit. Er hat an die Auferstehung in Jesus Christi geglaubt. Er wurde gerettet. Aber was ist, wenn da jemand beim Seelengewinn sagt, ja, beweis mir doch, dass es einen Gott gibt. Beweis mir, dass die Bibel Gottes Wort ist oder sowas. Wie reagieren wir darauf? Nun, die Bibel hat eine sehr einfache Lösung dafür. Sprüche 14, Vers 7. Geh weg von dem dummen Menschen. Geh weg von dem dummen Menschen. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Geh einfach weg. Du hast es dann mit einem dummen Menschen zu tun. Geh weg von dem dummen Menschen. Jemand, der so daherkommt mit so einem Schwachsinn, das Ganze war dumm, will ganz einfach nicht gerettet werden. Und dann kannst du demjenigen nicht helfen. Muss ich dir beweisen, dass der Himmel blau ist? Muss ich dir beweisen, dass es einen Gott gibt? Was für ein Schwachsinn. Abschließend möchte ich sagen, Apologetik ist die wahrscheinlich größte und dümmste Zeitverschwendung des Christentums. Ganz einfach Zeitverschwendung. Aber nicht nur das. Es sind ja einfach so Zeitverschwendung. Ja, spielt keine große Rolle. Nein, sondern Apologetik richtet Schaden an. Denn Apologeten, die sammeln nicht mit Jesus Christus. Sie erreichen gar nichts. Apologeten erreichen gar nichts mit ihrer Apologetik. Null. Und was sagt Jesus? Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Du kannst nicht neutral sein. Entweder du sammelst mit Jesus Christus, gehst Seelen gewinnen, so wie es die Bibel schreibt, oder du zerstreust durch das Schaden an. Das ist, was Jesus sagt. Wie sollen wir sein als Christen? Sollen wir mit tollen Argumenten daherkommen? Die Bibel sagt, 1. Korinther 2, Vers 1-2, So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn es hat mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Das sollte unsere Haltung sein. Wir nehmen uns vor, beim Seelen gewinnen, nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und wenn sie das nicht annehmen, dann fahren sie zur Hölle. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, du konntest was lernen. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen,